Hey Leute, willkommen zu einem neuen COD-Video. Es gibt heute wieder ein bisschen Gameplay aus der Infinite Warfare Beta, und zwar ein bisschen Gameplay mit der Type 2. Das Sturmgewehr, das man trennen kann und als Akimbo SMG benutzen kann. Eine ziemlich geile Waffe eigentlich. Und ich habe die ganze Sache dann in Verbindung mit dem Combat Trick gespielt, was dieser Akimbo SMG auch noch ausgerüstet hat. Damit ging es doch ganz schön ab. Ich hoffe, ihr habt viel Spaß mit dem Gameplay und wir springen direkt rein. Was? Wie hat es der denn hinter uns geschafft? Holy shit. Wie? Es ist echt immer schwer zu entscheiden, wann Akimbo und wann nicht. Finde ich jedenfalls. Oh nein, kommt schon. Wo kommt der lang? Ich verstehe immer noch nicht, was dieser rote Kreis immer bedeutet, beziehungsweise dieser stark markierte Gegner. Finde ich noch einer rein. Oh, kommen wir vielleicht hinter die Leute. Das wäre krass. Okay, gut gesaved, teammate. Aber krass. Geht er ab gerade hier. Ähm, hauen wir das Ding hier mal hin einfach. Wechseln die mal wieder zurück. Ah, Spinnending. Ich glaube, die kommen eher gerade hier von hier. Hier von hier. Jagen wir die mal. Ein Kamerad hat Verseher angefordert. Ohne Gemeinschaft. Nein. Konter raus. Okay, noch habe ich sogar Munition, um zu glauben. Oh, shit. Ich brauche eine neue Waffe. Verbündete Drohnenunterstützung aktiv. Verbündeter Warden bietet Luftnahunterstützung. Oh, ganz oben rennt er lang. Nice. Dann können wir hier nochmal welche abfangen. Sind ganz hinten noch. Oh, wir schauen, dass wir wieder hoch ins Haus kommen. Ja, da können wir dann nochmal mit der Nahkampfwaffe spielen. Verbündete Drohnenunterstützung aktiv. Nice. Diese SMT ist schon ganz schön krass, würde ich mal sagen. Alter, geht gut ab gerade. Holy shit. Wir gewinnen ein Ding wieder. Bauen wir uns dieses Teil nochmal rein. Wenn's nur immer so laufen würde. Fuck, keine Muni mehr. Nein. Das gibt's ja nicht. Alter, wie viele Punkte hab ich denn gerade bekommen. Also Assist-Punkte. Holy shit. Drohne verloren. Wiederhole. Drohne verloren. Verbindet es von Wardenor kommt. Leute, Drohnenunterstützung. Zeitüberschreitung. Beutal der Branche. Verbindet das Gerameo sagt. Nice Runde. Holy shit. 42. Wär's nur immer so, ne? Wär's nur immer so. Okay.